ja auch da läuft meine hausbilder mal kurz richtig hinsetzen kann ich mal kurz die füße machen weil bequemlichkeit ist auch mehr so denn jetzt sind sich bisschen tiefer dann kann ich mir über kim und korn schielen kim und korn ab nach vorn in dem sinn einen wunderschönen guten morgen und wir kommen zurück zu dead by daylight 5 ja so ungefähr was ist noch nie draußen das stimmt in dem layers of 4 oder halter nachfolge layers of 5 genau guck mal hier ist ein gas rettungsventil ja das alles kann ich nur drehen das kann ich abnehmen irgendwo fehlt doch eins oder das kann sein ja würdest du die quest mal das kann sein sagt er weiß er hat das mit ein paar selber gesagt dass er eins braucht ja ja klar aber das war mal der säure ich glaube wir sind ja schon durch jetzt würdest du die drei jahre zu verständlich sogar zwei die künstler und die künstler genau richtig dann die hier ist jetzt aktuell was von banden übrig blieb von branden nicht von banden auch von banden vielleicht eine stimme übrig so ok macht ihr bereit für den angriff auf die todesgruppen es gefällt mir nicht der name auf die todes gruppis was ist welche hier den kopf drücken kommen wir dann da raus dann machen wir es doch immer ach so und das wollen wir nicht wir wollen ja erstmal hier die webenquests machen richtig oha normandi dass die todesgruppen in flammen aufgehen kannst du darauf hinlocken auf die ja 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 okay alles klar geht ja einiges was erfüllt was hier los okay was das bleibt brennend jetzt da wird also hier kommen mit hallo jagt mich mal kollege ja hier genau hier ist richtig warum soll da hierhin da waren rein schubsen müssen oder nicht nö das ist eine gruppe von drei ach so aber klar die können gerne da auch rein so ist nicht weniger arbeit oder denn schon rein liegen denn ach so ne alles klar dann ist es ja egal jetzt können wir sind so killen oder nicht ja genau also wird hier wohl irgendwo noch eine grube sein ja ich habe auf der anderen seite noch welche gesehen glaube ich zumindest jemanden gesehen zu haben ja hier kannst du noch mal entzünden es sind auch hier sind drei verschiedene becken zum entzünden wahrscheinlich die zweite ist an ja das muss auch gemacht werden scheiße jetzt habe ich sie natürlich ja ich komme ja auch hier ist ein warte mal wir haben so ein teil da rein ach so die sind erst mal bei mir und tschüss hier ist mac wie auch immer der heiß okay das war hat das ein feuer speiner denn macht vorher den gar nichts aus war jeder tut den wenig aber gewährregelt hier war irgendwo wasser container ja alles gut ich habe was du schon raus geholt ja war aber nur lila waffe ich weiß nicht was drin ist ich sehe da leider gar nichts für mich anscheinend nicht ja ja mhm schön das löscht irgendwie gar nicht entloses naja na gut ja oma genau die wir haben ein ja das stimmt funktioniert ja das war es nur ja anscheinend war man aber auch hier meine fröße officer officer Wir waren erfolgreich. Ich habe schon eine Studie auf meinem Team bekommen. Und du sollst gehen, bevor du die Seite verändern kannst. Kein Weg bist du nicht infectiert. Das Virus kann mich nicht beobachten. Ich bin immun. Immun? Ich habe gehört, dass sie sich aussehen. Du könntest vielleicht mehr benötig sein, als ich dachte. Warum nicht wir zusammenarbeiten? Wir können uns auf jeden Fall sehen. Diese Horde muss bleiben. Ich werde nicht verlassen. Aber hier ist dein Geld. Ein Singermott. Okay. Cool. Hat die noch mal was? Ne, leider nichts Neues. Aber ich habe noch mal Munition. Hm. 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 Doch, die hat neues Zeug. Revolver. Revolver? Ja. Ja. Ja, gut. Also bei mir hat sie einen blauen Revolver. Ja. Ne, ich kaufe da nichts. Ich bin so gut ausgestattet eigentlich. Jagdgewehr. Wir haben ja eins. Ne, eben. Genau. Hm. Nö. Ich spare da meine Kohle ein bisschen. Aber gar nicht so viel. Naja gut, was heißt nicht viel. 75.000, aber das ist ja auch schnell leer, wenn man irgendwas aufwertet. Mh. Mh. Kaufe ich einen Revolver oder lass ich es lieber sein. Scheiße. Kaufe ich einen Revolver oder lass ich es lieber sein. Jein. Die, 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 die. Das Problem habe ich gerade hier so ein bisschen. Scheiße. Lass es lieber. Vielleicht habe ich mal noch Glück. Hashtag nie Glück. Hashtag traurig. Hashtag traurig guck. Oh Gott. Ach ne, das war ein Sternchen traurig guck. Sternchen. Ah. Ja genau. Scheiße. AP Gelaber. Äh, nicht nur. Tatsächlich. Naja, aber ein Großteil war das. Naja, aber ein Großteil war das. Die normale Geschwiegermutter war da sehr schlimm, was es angeht. Oh Gott. So Mitte, Mitte 50 ne, aber so auf, auf, auf jung zu machen irgendwie. Mhm. So, äh, und dann, 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 dieses, dieses, äh, Schmollmund dann so einfach nur liebguck und so. Och, jaja, ich verstehe. Ja. Cringe. Danke. Ja, gut. Ja. Wenigstens das ist synchron. Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich drücke auf diesen Knopf. Ach so. Oder was? Oder, ja. Ich wollte hier nochmal ein bisschen um die Ecken gucken. Ach so, ja, guck mal um die Ecke. Ja, ist nix. Siehste. Schade. Ne, hier sind wir noch so ziemlich in der Safe Zone eigentlich, ne? Ja. Oh, ha, 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 ha. Blaupause. Oh. Ja. Nervosität. 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 Was macht das? Nervös. Ja. Ach so, er hüllt die Feuerräder. Oh. Ich, man kann diesen Hebel hier benutzen, oder nicht? Ja. Soll ich mal? Ja, Waffen sind bereit. Ah ja. Moin. Oh, rote Kiste. Nice. Wälzer vor dem Sauge. Okay, selbst so ein Blausgewehr ist halt besser als so ein Sturmgewehr. Krass. Heugabe. Hier kämen wir wieder raus, glaube ich, aber nee, kommen wir gar nicht raus. Ich denke mal, es ist vielleicht ein nächstes Gebiet oder sowas. Ja. Okay. Gudi. Hier stehen mir irgendwie zu viele Fässer rum. Kann ich gar nicht fassen, ey. Nee. Bringt sie alle um. Danke. Oh, Immun. Scheiße. Deswegen, ich sag mal so, die Verstümmler-Mod drauf, oder wie das heißt. Das trifft ja überall. Oh, mein Mann. Schrei-Fähigkeit habe ich in. Ja, habe ich auch. Okay, muss ich gleich erst mal gucken. Ich weiß nicht genau, ob jetzt noch was. Und nee, natürlich noch nicht. Okay. Das war's. Streif-Fähigkeit? Das muss ich mir eben angucken. Über Kopfschmetter. Wo sehe ich denn das? Das ist auf den Karten, ne? Ja. Ah, da. Raserei. Erfüßle dann inneren Brülleffen. Drücke im Raserei-Modus-Q, um ein durchdringendes Geheul auszustoßen, das Zombiel geschwächt. Achso, okay. Ich habe Überkopfschmetterer. Lasskragen. Drücke im Raserei-Modus-Q, um loszulassen, um einen mächtigen Boden schlag zu entfesseln. Oh. Okay. Liegt da was Lelandes für dich? Nö. Ich habe eben eine lila Schrotflinte wieder aufgenommen. Ist das Sturm? Ähm. Ne, die ist komplett blanco. Das ist nur eine Schrotflinte, heißt die Demolierung, exquisit. Schaden 1500. Aber die andere heißt nämlich Sturm-Schrotflinte, deswegen. Ja, ne, die habe ich nicht. Schade. Gut. Dann, ähm. Schön den Bim-Bam-Baumel lassen. Kämpfe dich durch die Horde. Ja, super. Nicht glüder als das. Läuft. Reingeschossen in den Haufen. Ich gehe aber noch neben dir oder die ich wieder ganz anders. Ne, ich stehe es neben mir. Manchmal stehst du aber auch neben dir. Gut, das ist aber auch jetzt nichts. Ne, hinter uns, neben uns und überall. Ja. Oh, die Leute. Was zum? Ne, nix, alles gut, nichts passiert. Du hast irgendwas aufgesammelt. Nein. Was nicht? Dann müssen wir weiterlaufen oder müssen wir stehen bleiben. Wir müssen weiterlaufen, wir müssen das durchkämpfen, ne? Ah. Na gut. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Jetzt geht aber los. das ding das hinter uns kommen die auch noch okay jetzt so viel zum luden ja 22 aber es ist ja nie los auf die schule die beine schießen dann hast du erst mal ein bisschen luft das ist eine oder so die länderwaffe im becken für mich alter fände was sind los man merkt es wird langsam immer kritischer eine munition mehr wechseln müssen von allen seiten die sparen gerade denkt an euch ein rhein das mal gleich mal jetzt vielleicht und red einfach mal ein bisschen durch Oh, äh, blaue Kiste hier Na, hier Na, toll Achtung, rechts ist was Jo Tschüss Blaue, äh, äh, lila Speer Ich konnte da glatt nicht so drauf achten Oh, hier ist noch was Liedernes für mich auch geil Meine Fresse, was ist denn hier los? Naja, Schraubenschlüssel, ne? Naja, gut Okay Kriegen Sie alle um? Ja, noch mehr Ich glaube, wenn Sie länger stehen bleiben, war Naja, oder auch nicht, weil sonst würde es da weitergehen Ja Gleich mit Pflastern deinem Weg You fucks Kurz bisschen looten noch hier Aber es war wirklich gleich mit Pflastern unseren Weg Also, das war ja Ja Alter, finde, ey Boah, hier liegt noch so viel Trott und Kram und Geld vor allem auch noch Ja Holy shit Gut Das, äh, war in Ordnung Hm Also, ob wir das Naja, ich glaube nicht, ne? Nene, jetzt bloß der Rückweg wieder Ja Beziehungsweise die Abkürzung Aber ich glaube, das hier auch, ne? Hier geht es, glaube ich, raus Dann Ja, okay Aber das ist halt der offizielle Weg, ne? Sehr lange ein Hotel Noch ein Hotel Oh, Schnellreise Achso Ja Natürlich 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 Spiel Spieleinstieg Spiel Ein Spiel mit dem Krokodil Du bist der Krokodok Ach, was ist denn hier sind wir wieder jetzt? Wieder? Wie wieder? Achso, ne, das ist was komplett Neues Okay, das kann mir erst mal vertraut vor Okay Ah, bleibt er denn? Ja, jetzt dauert es wieder länger Weil das Krokod funktioniert Tja, hier genau Blaupause Und Werkbank Nice Ja, ich komme dann auch irgendwann mal Ja, ja Ich spiele das Spiel so lange durch Ja, klar, bitte So Ah So Aber da mal hier Ocean Avenue Ja, das erinnerte mich eben halt an eine andere Zone ganz zu Anfang fast, wo ich hier auch so ein Antena war Und dann die Straße lang führte Aber das war Der andere Zone Okay Oh ja, ich verstehe Ja, okay Ich verstehe, was du meinst Ich möchte mal ein bisschen was verschroten Hm Aber mit der Glieder, ne, das behalte ich Obwohl, äh, Munition herstellen Das könnte ich mal machen Das ist vielleicht eine gute Idee, ja Vielleicht Okay L.A. Muse mit Superman Toll Ja Ja Der Linke Ja, klar kennt Ja, klar kennt Ja, gewisse Ähnlichkeit ist noch da Meinst du, die haben dafür richtig Models genommen oder sowas Oder ist das vielleicht in einem, sind das welche von einem Entwicklerteam? Das könnte sein, entweder glattieren Vielleicht Da gehe ich mal davon aus, die verewigen sich da Gerne bei sowas Ich habe nur die Heckgeschichte aufgemacht Ja Mann Da sage ich nur eins, what the heck Ja Oh, mein Mann mit brennenden Fäusten Das heißt Dragon Ball Typ Raserei Bereit Du, das Ding Wer ist er denn? Ein toder Das ist er Nice and quiet Ah ja, noch So, wie sieht die Map aus? Ei, 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 ei Die Verwirrung ist verwirrt Okay, sehr viele Fragezeichen Wollen wir gleich alle Fragenzeichen abgehen oder? Was ist denn mit dir? Was wollen wir gleich? Die ganzen Fragenzeichen, äh, Fragezeichen abgehen Ja, die können wir gerne so abgehen, ja Gut, dann gehen wir gleich mal hier lang Ist ja Sicherung Sicherung hier unten Irgendwo Das war ich nicht Natürlich nicht Nö, nö Da muss ich mal die Batterien aus dem Auto nehmen Oh, wie Ja, hier der Vorsicherung Aber Da komme ich hier erstmal rein Die Frage Ja, ums Gebäude gehen Würde ich sagen Wie das? Ja, oder? Nicht wirklich Den Flör Können wir von der Seite rein? Hm Ah ja Siehst du Ah ja Oh, Loot Schön Und Blau Ja, da muss ich auch gleich nochmal gucken Streitkolben Da ist das Einmal Müll bei mir Ja Ja Eine lilande Feuerstoßkarabine Oh Kann man haben So, warte mal hier Weiß ich noch nicht Nee Das ist so ein bisschen verwinkelt Und doch weitläufig, ne? Hm, genau Hm Darauf hätte ich jetzt Bock Äh, was? Ja, hier bei mir Dieses Plakat War nur ein riesiger Hamburger Ein riesiger was? Ein riesiger Hamburger Hätte ich jetzt auch Lust drauf Das sah echt lecker aus Komm ja nicht drüber Dann nehme ich die Tür Ja Man muss nicht immer äh, klären Oh Na klar Mal mal Die ganze Scope-Dinge Wo man das hier langsam mal einschalten kann Oder so weit Das wäre ganz nice eigentlich, ne? Da ist irgendwo so ein Servergeber Oder sowas Ja Das wäre echt gut Oh Vielleicht gibt es ja hier was Nee, hier kann man nicht weiter langen Schade Ja Naja, aber Du bist immer eher hergekommen Ja Ja Na gut, gehen wir mal hier lang Hm 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 Was hat er? Ja, Monitoren war vom Gebär ein Achso Ja Ah Was nochmal hier? Hm Hm Schaut, was man denn so fast hier das Gebäude reingehen kann Ja Sie haben die gut gemacht mit diesen Sektionen Ja Und nicht komplett open board Sicherung Ja, sicher Sicher ist sicher Das Achso, ja, dann stehen wir auf Ja Blöd Ja Ja Oh 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 Deine Axt Ist hier? Oh Eine Nagelbombe Okay Jo Die Ja Kann man machen, ne? Bitte, ja Natürlich, Schlüssel des Elektrikers Ist auch fast schon Running Gag hier Also Ich glaub selbst wenn man Aber mit Werkbank ist hier zumindest Durchgespielt haben, da müssen wir noch so viel erkunden, das ist ja Ja Das auf jeden Fall Eine Werkbank, ein Glück Ich hab aus Versehen was geworfen, obwohl ich was treten wollte Na ja Alle Dinge sind lila, ich muss es bereiten und verkaufen eigentlich Ja Aber noch ein bisschen Munition herstellen Achso, okay, hier ist gar nichts mehr Im Hotel Also vorher Oh Oh Hier sind positive an der Wand, da steht drauf So blöde Ja, echt Ja Schöne Dusche, muss ich sagen, die gefällt mir Ja Okay Hätten wir auch Ja Da haben wir schon die ganzen Fragezeichen Außerhalb beim Hotel Geht nicht, schade Ne Warte, man käme auf so ein Gerüst oder sowas Das wäre ganz nice Ja 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 Na gut. Sieh die nur irgendwo rumkriegen? Ja. Oh, Alter. Oh, daneben. Schade. Ich übernehme. Gut. Okay. Hier ist nichts weiter, ne? Nö. Nicht wirklich. Oh, warte mal. Lass mich raten, hier ist die Kiste. Aha. Oh. Ah. Ich komme hier gar nicht so hoch. Jetzt bin ich von oben. Ja, ja. Habe ich gesehen. Ah, jetzt. Okay. Oh, ne tolle. Schwerer Revolver. In lila. Mh, habe ich auch. Gut, dass ich den nicht gekauft habe. Gut, dass ich den nicht gekauft habe. Gut, dass ich es hier gesehen habe, mein Freund. Ja, ja, ja. Oh. Der Zaunkönig nannte man ihn auch. Klammig hier raus. Ja. Oh, nee. Notizier an der Wand. Oh, ne roh, die Kiste. Tatsache. Fakt, die Schwert. Lila. Schwere, ähm, was war das? Blaue? Sturmschruttflinte. Naja, gut. Ach, die müsste lila sein. Ja. Der Versuchflinte. Der macht sich bestimmt viel Wind. Das ist das Hotel? Das da? Das ist Serling? Ja. Da müssen wir hin. Ja, natürlich müssen wir das. Fakt. Das ist ein scheiß Riesenhutel. Ja, dann mal, ne? Was sammeln, bitte? Ich will die Nagelbombe ausprobieren. Okay. Blutung. Okay. Okay, man. Ja. Ja. Gut. ja dann mal naja ok da hätte man natürlich drauf kommen können er konnte sich abwarten finde dr reed gut hier müssen wir uns um 360 grad so ein bisschen immer wieder ja hier passiert ja alles um unser raum ja und ich sehe auch wieder eine sicherung irgendwo damit zwei sicherungen sogar zugang ist hast gefällt noch gesperrt wo wir sind safe unten aus einer gold geld man nicht nicht geholfen ja gut hier guck den hamburger meine ah ja der ist geil den würde ich jetzt gerne mal zwischen dem team haben ja das schon das kann scheiße ist es riesig ja sollen wir dann erstmal bevor wir hier weitergehen unten denn doch mal einen kurzen cut machen ja weil ich glaube das hotel nehmen wir in einem kompletten part glaube ich auch oder ich glaube ich sei ganz cool ist besser so weil hier ist einiges los ja wir sehen uns also gleich wieder macht's gut bis dann tschüss tschüss